Die Stadt Sorrent liegt auf der Harbinsel von Sorrent am Golf von Neado und hat 16.679 Einwohner. Sorrent sowie die Amalfi-Küste sind bekannt für ihre großen Zitronen, voraus der bekannte leckere Zitronlikör, die Marcello hergestellt wird. Sorrent liegt über den schwarzen Steilklippen auf sulokanischem Gestein auf einer Tuffsteinterrasse und wird von imposanten Felsen umgeben. Die Spitze der Harbinsel von Sorrent liegt nur etwa 5 Kilometer von Capri entfernt, das vom Hafen Marina Piccola bequem erreicht werden kann. Die Geschichte Sorrents, die von den Fönitzern gegründet wurde, beginnt im 7. Jahrhundert vor Christus. Griechen und Römervölkern sowie noch viele andere Völker, die versuchten, die von den Griechen erlauchte Stadtmauer zu durchbrechen. Das gelang 1132 den Normannen, die Sorrent dann eroberten. Sorrent ist seit Jahrhunderten Ziel vieler Touristen, Riffstellern und Malern, die den Ort im Wort und Bild verewigt haben. Hitteschön und Riffstellern und Riffstellern und die Däumriere, die Schilder des Zuchtstöchern sind. Musik 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 Musik